hey leutchen damit herzlich willkommen zurück mein name ist chris wir stehen das hier und ich habe mich ein bisschen verlaufen beim letzten mal ein bisschen verhaspelt und wir müssen hier an der stelle ist es ganz gut und hier geht es weiter und ich kann mich merken warum ich das beim letzten mal nicht gecheckt habe aber okay oder okay eigentlich reicht es das reicht so haben wir halt so noch ein bisschen was gesammelt ist ja auch nicht verkehrt kann man hier stehen der stein ist das so so ist gut okay und wenn der stein so dasteht dann schafft man auch das hat man das geschafft es kann so einfach sein möchte ich bin hier Der Große ist ziemlich easy. Eigentlich einfach die Kleinteile nerven, weil die sind schneller und von der Anzahl her mehr. Die Nerven. Geh mehr! Boah! Na komm! Äh, fahre ich irgendwo rein, kommt da woanders draus oder bin ich tot? Okay, ich geh ja schon. Die kommen, glaube ich, wieder und wieder und wieder. Nein, bring mich nicht um. Hoffentlich hast du ein bisschen Lebensinterview für uns. Oh, dankeschön. Ähm, ja hoch, runter, es geht runter, weil hoch... Komm mir gefühlt dich, da fehlt irgendwas. Och... ... 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 Ich weiß nicht ob das jetzt der richtige Weg ist, ich glaube noch nicht ganz, dass wir da erstmal woanders hätten hingehen müssen und so können. Wir gehen nochmal ein Stückchen zurück, setzen uns einmal hier rein. Und schauen hier nach unten. Ist hier was? Nö, das ist nix, das ist... Ja, ich wollte gerade sagen, das könnte dumm werden. War es auch am Ende, aber... Der Garten... ... hat sich mal mit... Der bringt es halt auch. Ui, ui, ui... Gut... Und... Ich habe mir das ganze Gebiet aufgedeckt, sehen was es noch so alles gibt und... Ah, war doch nicht so verkehrt, dass wir da oben waren. Schon das eine geholt haben. Sehen aber jetzt noch den anderen Weg und... Wusch, 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 wusch. Mal gucken, ob es da was gibt, kann ja sein. Was da doch irgendwo lang geht. Oh, nein! Jetzt haben wir den Gartenstein nicht, oder? Na... Wir machen noch einmal. Schaffen den weg. Wir freuen uns, dass wir den weg geschafft haben. Wir haben neun. Zack. Ich will da hoch, das Ding sammeln. Wir, bevor wir sterben. Achso, ist instabil. Wir versuchen es doch mal so ohne. Sehr gut. Okay. Es ist nur der eine. Wobei, nur der eine. Schade. Lief gar nicht mal so schlecht. Oh. Oh. Zack. Geschafft. Und yay. Gut. Spiel gespeichert. Gefahr ich keinen Punkt zu setzen. Hier haben wir zwei. Und ja. Können wir, glaube ich, hochgehen. Und das einsetzen. Und uns freuen. Machen wir das mal. Jetzt wieder jeden Weg durch finden und hoffentlich nicht sterben oder zerquetscht werden. mit diesem. Komm. 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 Wacht, die weg. Das ist tatsächlich leicht. Das ist tatsächlich hart. bitte öffne dich und an dieser stelle machen wir erstmal schluss und ich bedanke mich richtig doll euch fürs zuschauen ich hoffe das ganze hat euch gefallen es würde mich sehr freuen wenn ihr das nächste mal dabei seid wir können es gerne kommentieren abonnieren bei däumchen lassen und das nächste wieder einschalten in diesem sinne vielen dank bis zum nächsten mal chris